Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge I am alive und jetzt werde ich das Motto nicht scheiße faseln, sondern weitermachen, ähm, verfolgen. Ja, das war jetzt scheiße, aber egal, weiter. Ja, letztes Mal waren wir hier mit dem Kind, May heißt es. Und jetzt müssen wir zum Mall gehen. Achso, was das letzte Mal irgendwie komisch war, dass der In-Games-Sound weg war. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das hier jetzt auch der Fall ist. Wenn ja, dann tut es mir leid, dann muss ich das Spiel leider ohne In-Games-Sound weiterspielen. Aber wenn ihr meine Stimme hört, ist ja noch alles in Ordnung. Okay, wo muss ich denn eigentlich lang? So, was haben wir denn? Da muss ich lang, wo komme ich raus? Wo komme ich raus? Wo komme ich raus? Dann komme ich nicht mehr raus. Äh, nein, da komme ich mal nicht raus. Das ist ja hier. Attacke, 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 immer auf. Komm. Ja, und das ist offen. Und jetzt, soll ich da lang oder? Da lang. Okay, warte mal, nepp. Ich muss da lang, also, vielleicht, da lang hin. Erinnerst du, was dieses Ort aussieht, bevor? Oh, es ist so gut. Ich muss nur so gut gehen. Ach, wie süß sie doch klingt. Oh, ja, ich weiß. Okay, du vergesst, danke. Scheiße, meine Maus hängt schon wieder mal. Ah, Gott. Ich hatte gehofft, dass ich das erstmal, dass ich das nicht mehr der Fall sein würde. Haben wir ja falsch gehofft. Scheiße. Ah, hier scheint es also doch nicht lang zu gehen. Dann wohl doch über den Zaun klettern. Nicht zielen. Zaun, äh... Zaun klettern. Oh, mein Gott. Oh, Gott, Alter. Ich muss ein bisschen Smalltalk machen, was? Oh, Sandsturm. Das sieht so aus, als müsste ich mich beeilen. Ach, scheiße. Muss ich überhaupt nicht gelangen. Ach, verdammt, was ist denn los? Ich bin euch... Ich bin gerade etwas desorientiert hier. Ein Schulbus. Ein Schulbus. Attacke, Attacke. Ja, sprinten, sprinten. Oh, Gott, ja. Geschafft. Unendlich Wiederholung, ja, ich weiß. So. Kontrollpunkt anscheinend erreicht. Mein Handy ruft mich an. Ach, was ist das? Okay, okay. Oh, wie es so aus? Sieht jetzt verschiedene Ebenen an. Ich muss zur Ebene 4. Kleines Feuerchen. Wir sind nicht in der Nähe. Geh raus! Die guten Spots, sie sind upstairs. Habt ihr hier schon? Das ist meine Mutter, ja. Ja, ich muss doch irgendwo was rumliegen oder so. Ah, nein, lieber nicht. Heute nicht. Gehen wir mal lieber der Story hinterher. Also nach oben. Jetzt kommt's. Ich komm so nicht hoch. Das wär's jetzt. Ah. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Scheiße. Sorry, jetzt hängt's mal hier ein bisschen galt. Also jetzt nicht der PC, sondern ich. So, weiter geht's. Need water. Und da ist irgendwas. Kletterhaken aufgehoben. Oh, das stimmt. Alles klar. Alles klar, wenn ich einen Kletter, äh, irgendwo hin platziere, dann ist das automatisch, meine, äh, regeneriert das automatisch voll, meine Ausdauer. Logisch. Klar doch. Und wir hören einen Menschen husten. Ja, seine Kamera ist ihm wichtig. Oh, das stimmt. Jetzt Fieber zu haben, oh, das ist sehr günstig, sehr günstig. Soda-Getränk, besser als nichts. Was haben wir denn hier? Ich bin hier für Tage geblieben, mein Asma wird schwerer mit jedem Wachstum. Toll, ich hab so'n Teil nicht. Toll. Schöne Munition, ach komm, verdammt, komm, ich schaff's noch, krieg's noch, ja, drück, zieh, oder was auch immer, also, hast es geschafft. Richtig. Und mehr ist hier nicht, Alter, ich hab Munition verschwendet für nichts. Oh, Gott sei Dank, eine andere Person! Sorry, nein. Oh-oh. 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 Ich hab leider keinen, oh doch, ich hab noch einen Kletterwagen. Gitterhaken gefunden. Oh-oh. 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 Jetzt mal sehen, wann ich Endeuerung werde. Mal sehen, wann ich Endeuerungwerde. Okay. Oh ... Oh,,… Ein Rollstuhl. Ist irgendwas drauf, da ist ein Teddybär drauf. Joa, ein Teddybär. Ah. 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 So wie say hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi Und... Und... Ha, fernlos. So, das heißt, ich soll jetzt da hinrennen. Da hochklettern. Toll. Toll. Ganz toll. Installieren. Boom. Weitere Episode abgeschlossen. So, heute habe ich leider nicht genug so viel Zeit, um aufzunehmen. Deswegen muss ich die... Ja, die Aufnahme jetzt hier beenden. Ich bin mir nicht sicher, wie lange ich schon gespielt habe. Vielleicht 30 Minuten oder 20 Minuten. Und ich hoffe, es hat euch dieses Mal wieder gefallen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei... Bei I'm Alive. Oder vielleicht auch Slender. Mal sehen. Schaut euch auch die anderen Let's Plays an. DayZ. League of Legends. Call of Duty. Und demnächst vielleicht auch... Die Elder Scrolls V. Skyrim. Naja dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. ... ... Vielen Dank.